hallo leute ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen folge portal wo wir glaube ich in testkammer 17 stehen geblieben sind oder so weit sind wir doch da habe ich mich jetzt verzettelt in welcher testkammer waren wir denn stehen geblieben wird sich gleich sofort herausstellen denn wir werden spiel laden 18 von 19 das könnte in der tat nicht mehr allzu lang dauern ich bin mir sicher sie meinte der kuchen wird gebacken und dann gibt es kuchen oder so ich meine warum sollten wir gebacken werden das gibt er gar keinen sinn oder oder unten ist auch diese grütze fantastisch das sieht mir nicht so aus als würde es dazu gehören ein radio hast du das bedacht warte kurz moment lassen wir mal kurz die kamer an am unteren ende davon muss das portal ist nein ok wir haben einen neuen versuch zu unserem glück haben wir einen fantastischen neuer hey ich wollte auf dich fallen verdammt ich will doch die kameras kaputt machen oh hat er noch was ah she is watching you hm the cake the cake is a lie das äh das habe ich auch schon öfter gelesen so wir können eine Tür öffnen oder ich dachte das gehört dazu hä ok lass mich den äh kanister mal mitnehmen dann werden wir ja sehen wo das ganze hinführt wenn er mich so fragt dann werden wir ja schon sehen wo das ganze hinführt hm 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 das verschieben schön so wenn es hier aber nicht weiter geht dann muss es irgendwo anders weiter gehen oder das scheint mir suspekt zu sein entweder wir würden hier durch die tür kommen was wir nicht tun ich kann sie nämlich nicht verwenden kommen hier nicht wieder raus und hier gibt es ich sehe da was ich sehe da was irgendwie muss ich euch noch kaputt machen irgendwie die frage ist nur wie sehr robuste kameras so ich lasse es ja schon wollte ich sagen und dann stürzte ich erneut in den abgrund so dann wir müssen weiter nach oben wie mir scheint und da so jetzt müssen wir nur noch irgendwie irgendwas darüber befördern oder weil das unsere aufgabe ist aber was sollen wir darüber befördern uns oder okay hier schiebt sich so ein piston raus jetzt komm ich komm da nicht wieder rein ich komm da doch nicht wieder rein nein nein ich bin Matsche ungünstig ungünstig so warte warte und da nein nicht Turret hör auf mit dem Kack hör auf mit dem Scheiß okay nein hör auf mit brin Ja, gut. Genau. Hör auf! So, da wird auch eine abgefeuert. Und wenn ich das ein bisschen... So. Lass mich das so machen. Das ist, glaube ich, am Erfolgsbesprechendsten. So. Und dann heißt es warten, scheint. Dann heißt es warten. Warten, 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 warten. Wusch! Okay, der geht auch schneller als erwartet. Ah. Jo, der müsste doch eigentlich getroffen werden, oder? Der müsste doch eigentlich getroffen werden, wenn ich mich nicht komplett hilfe. Nein, der ist ein bisschen zu... Äh, dann können wir da ein bisschen was führen. Würde ich behaupten. Los! Los! Komm schon. Oh. Warte, andere Richtung. Andere Richtung. Okay, das dürfte klappen. Hoffe ich. So, dann müsste der weiter oben rauskommen. Und ihn auf die Bräder schicken. Und ihn auf die Bräder schicken. Zack. Weiß zwar noch nicht genau, wie ich... Hör auf. Hör auf, Turret. Okay? Okay. Ich weiß noch nicht genau, was ich hier machen soll. Lass mich mal kurz warten. Ungünstig. Yo. Schaltest du ihn jetzt bitte aus? So. Also was zur... Hölle soll ich jetzt hier machen? Weil da unten komme ich nicht hin. Da kann ich noch keine Portale platzieren. Das hier kann ich auch nicht aktivieren. Obwohl, kann ich es aktivieren? Das hier kann ich auch nicht aktivieren. Genau. Fantastisch. Und dann spring ich in den Tod. Geil. Okay. Aber wenigstens lebst nur noch du. Vielleicht da? So ungefähr. Das dürfte hinhauen. Wenn ich Glück habe. Yes. Weg mit der Kamera. Die braucht niemand. Es gibt da kleinere Hänger. Sorry dafür. So. Nein. Oh. Okay. Das wurde gespeichert. Gut. Vielleicht muss ich es einfach nur ein bisschen geschickt annehmen. Okay. You will be baked. And then there will be cake. Okay. Go on. Done. 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 Hm, das ist nervigend. Lass mich das mal kurz da durchschicken. Und dann... Jo. Danke dafür, dass... War auf jeden Fall die richtige Lösung. Okay, so. Zweites Ding? Hm, irgendwo muss noch was aktiviert werden. Dafür müssen wir wahrscheinlich darüber fahren. Und uns einen weiteren gewichteten Begleiter-Kubus abholen. Obwohl das ist nicht der Begleiter-Kubus, es ist einfach nur ein Kubus. Okay. Äh, was habe ich damit jetzt aktiviert? Lass mich mal kurz... Lass mich mal kurz... Äh, nein, das Blaue sollte ich dann nicht umsetzen, sondern das Orangener. Was heißt... Lass mich nochmal da... Da durch. Ey, ich will das Blaue umsetzen können. Und nicht das Orangener. Deshalb... Deshalb... Einmal so. Gut. Dann ist das Orangener hier in Position. Dann muss ich da durch. Durch. Ja. Warum verschwindet das? Das ist doch Käse. Ah, das ist doch Käse. Ich dachte, genau das sollte nicht passieren. Oder wie? Ich muss jetzt... Ich darf hier das Portal nicht draufsetzen. Wenn es sich bewegt, sehe ich das richtig. Wieso? Was ist das für eine dumme Regel? Was ist das denn für eine dumme Regel? Das ist doch Käse. Und nicht die gute Art. Weil das Portal verschwindet jetzt gleich. Ich muss einfach schnell sein. Hui! Okay, und wofür brauche ich dich? Wofür brauche ich den dann? Das ist nur so am Rande. Wofür brauche ich den? Wenn ich fragen darf. Wofür brauche ich den Begleiter... Begleiter-Kobus? Das ist mir noch nicht so ganz klar. Aber... Ah. Es wird sich gleich hier geben. Würde ich mal so behaupten. Dass mich den erstmal in Sicherheit hier abstellen. Dann warten wir mal kurz. Und... Ich will da ein Portal haben. Denn... Wir werden wahrscheinlich nochmal den... Schalter betätigen dürfen. Und... Sorry. Und dann werden wir mal gucken... Welche neuen Möglichkeiten sich uns dadurch ergeben. Schätze ich. Wupp. So. Rang... So. Ah... Ah. Ich weiß. Das wäre um ein Haar schiefgegangen. Das wäre beinahe schiefgegangen. So. Hier kommst du mit. Hier durch. Ah. Dann können wir wieder aufstehen. Und setze dich einmal da drauf. Jetzt muss ich nur noch irgendwie... Hm. Das dürfte das geringste Problem sein. Gehen wir mal kurz nochmal hier hin. Weil ich hier Portalfläche habe. Der Ausgang. Yes. Yes. Nein. Aber... Oh. Ich weiß, was es wird. Äh. Ich weiß es. Ich bin nicht stolz. Gibranimo! Hilfe! Mir wird schlecht. Äh. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Äh. Da. Jetzt muss ich das orangene Portal umsetzen, oder? Es wäre besser. Es wäre besser, denke ich. Orange. Und immer dieses kurzfristige, äh... Rejustieren. Das hat nicht so gut geklappt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Mir wird schlecht. Oh, mir wird schlecht. wo war ja die situation vielleicht hätte ich es doch nicht mit dem controller spielen sollen oh mein gott was das habe ich getroffen nein natürlich habe ich nicht getroffen kann ich das das wäre super so ok ich bin bereit für die beförderung oder so let's go hey meine liebe das scheint mir eine komische regel zu sein aber wer würde kuchen misstrauen das klappte sehr sehr gut das klappte doch sehr sehr gut ich weiß nicht was ihr habt so nein nein da war eine elektrokugel bitte euch was hättet ihr in dem punkt mal da ist eine elektrokugel das gefällt mir nicht geh weg geh weg und mach deine spöckes woanders oh shit shit mir fällt da was ein ich hab die ich hab die kamera nicht kaputt gemacht wer wäre ich denn wenn ich die kamera nicht kaputt machen würde oh das klappt vorzüglich das klappt vorzüglich hier gibt's kekse congratulations the test is now over all aperture technologies remain safely operational up to 4000 degrees kelvin best assured that there is absolutely no chance of a dangerous equipment malfunction prior to your victory kandescence thank you for participating in this aperture science computer aided enrichment activity goodbye dann vertrauen wir der netten wahl einfach und äh ja was soll schon schief gehen ich mein sie würden uns doch nicht umbringen oder die teste waren ja vollkommen sicher und alles was sollte da schon schief gehen wohl es scheint mir ein bisschen gefährlich einfach so ins feuer zu fallen oh sie würden uns einfach umbringen oh wo ist der kek wo ist der kuchen man hat mir kuchen versprochen und ich finde es echt nicht okay dass man das versprechen einfach so bricht ähm darf ich nochmal bitte laden habe ich noch eine andere speicherstand 1431 21 13 52 ich weiß noch nicht wie ich das ganze ähm soo ja 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 woher Innovation wrea nach v je your tremendous success place the device on the ground then lie on her stomach with your arms at your sides a party associate will arrive shortly to collect you for your party make no further attempts to leave the testing area oh assume the party escort submission position or you will miss the party moment ich glaube ich weiß was sie von mir wollen da yes okay okay jetzt wirkt sie auch alles andere als freundlich sie wollten mich umbringen richtige eskorte das ist unfair da will man einmal das portal gerät nicht benutzen wenn man sich denkt hey da ist eine treppe was soll da schon schief gehen dann funktioniert die treppe nicht lächerlich wir sind sind wir in der portal hier werden die turrets fabriziert oder in die welt geschickt eins von beiden verblüffend die tür geht auf schön dass wir mal kurz dadurch scheint mir der falsche weg zu sein deswegen dass wir mal kurz wieder weg gehen lass mich mal kurz ja ich nehme an wenn wir dagegen kommen werden wir sterben der weg ist aber auch nicht viel besser das kann unmöglich noch teil ihres plans sein warum ist die tür abgeschlossen vermutlich weil wir da nicht hin sollen ich muss wieder einen sprung machen sehe ich das richtig aber ich habe hier nicht die richtigen orte um einen sprung zu machen am besten noch mal da rüber wenn ich dürfte und von hier kann ich nämlich da oben kann ich keine portale platzieren das ist blöd ja gut ja gut oh ok das lief alles andere als gut aber wir kriegen die Sache schon noch hin aber wir kriegen die Sache schon noch hin wir machen mir wenig Sorgen so wir müssen halt irgendwie da rüber kommen das ist ja wohl klar und wahrscheinlich müssen wir ich denke zu viel ich denke zu kompliziert es funktioniert einfach so es funktioniert oder es funktioniert halt einfach so wenn es zwei wege gibt dann lass mich erstmal hier gucken es scheint mir einer der räume zu sein wo die mitarbeiter eins saßen jetzt komme ich da durch grandios so das scheint mir einer der räume zu sein wir können hier in den testraum gucken aber er ist leer er ist leer also wie dieser aperture computer ok hier gucken wir in eine weitere testkammer aber auch hier niemand zu sehen Failed ok 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 defense logistic agencies of dollar and cents competing with blackmaser for dot and government fried accusation das ist der einzige hinweis auf blackmaser den man hier bekommt und 10 billion in federal dollars annual 12 12 12 ja das gibt uns ein paar handinfos interessant blackmaser apatio hmm hmm ah proposed awarded hmm hm interessant Genetic life form and disk operation system da erfahren wir den namen von glados ähm wofür die abkürzung glados eigentlich steht hier können wir auch schön rausgucken das ist doch toll äh du was okay hier wäre ich um dem zu widersprechen wenn da der Ausgang ist dann lass mich doch einfach mal zum Ausgang oder okay wenn ich das da platz Geronimo yes gar nicht ah wir gehen wohl aufgrund der Tatsache dass sie immer gelogen hat würde ich behaupten dass das der absolut richtige Weg ist oh verdammt ich wollte mich nur umgucken nein ah wo komm ich raus Hilfe Hilfe okay aber wie ich kann doch nicht bin hier gefangen ich hab keinen Kubus wie soll ich also da durchkommen ja der einfache Weg kommt hier noch ein Aufzug ich kann mich da hinbewegen oh nein die Pistons oh nein die Pistons oh nein die Pistons aber wie es weiter geht erfahrt ihr leider erst im nächsten Part ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen würde mich freuen wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet im voraussichtlich letzten Part von Portal haut rein bis dann und ciao ciao